FIBO Sie liefen sich alle an und Herzlich Willkommen auch wir heute Abend bei FIBO Erstens einmal recht herzlichen Dank für den schönen Empfang Ich habe heute sehr viel Spaß gehabt Die FIBO ist die beste Fitness-Expo-Fitness-Ausstellung und Sport-Ausstellung in der Welt Das ist einmal hundertprozentig sicher Zweitens einmal möchte ich mich recht herzlich an meine Fans bedanken für den schönen Empfang Und heute Abend hier weil ich einen Scheck den Special Olympics übergeben will Du bist seit 1977 für die Special Olympics tätig Ich glaube das weiß noch nicht jeder hier im Publikum Anja Ich bin seit 1977 der internationale Trainer für die Special Olympics und der Grund ist Wir im Fitness und im Bodybuilding und im Sport haben eine Philosophie, die heißt, dass jeder das Recht haben soll und jeder soll die Möglichkeit haben Fitness zu machen, fit zu sein und gesund zu sein Und die Special Olympics brauchen sehr viel Hilfe und sehr viel Unterstützung Und das ist auch der Grund, dass ich mich jetzt, dass ich hierher gekommen bin und dass ich auch jetzt einen Scheck für die Special Olympics in Deutschland habe So, wenn wir vielleicht könnten wir die Special Olympics jetzt rausbringen Ja, natürlich Wir haben hier unsere Athleten Die haben nämlich erst in Österreich ihre Medaillen gewonnen Und zwar haben wir den Markus Jungitsch Wir haben den Maik Roth, den Andreas Tüscher, den Maik Kasper und alles Medaillengewinner Goldmedaillen, Orte-Medaillen Do it! Do it! Come on, come on!